Mein Name ist Simon Lorenz, ich spiele Fußball. Mein Name ist Gina Lüppenkämper, ich bin von Beruf Sprinterin. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal zu Nani gesagt, dass ich es cool fände, so mal ein richtiges Sprinttraining zu machen, weil so Fußballathletik auch immer wichtig wird und ich es auch einfach spannend finde. Und dann hat Nani uns mal zusammengebracht und jetzt sind wir hier. Ja, ja, ja. Und rauslaufen. Ja. Wir können bestimmt auch bei deinem Topspeed reinlaufen. Also wenn es beim Topspeed bei euch auch darum geht, ohne Ball zu laufen, kannst du auch da... Das war super, das war wirklich richtig gut. Und dadurch kommst du halt einfach direkt in eine ganz andere Position. Okay, schon 2 km mal schneller. Los, komm stecken! Erstmal machen wir jetzt gleich ein bisschen zusammen die Koordinationsübungen, über die wir uns gerade eben schon so ein bisschen unterhalten haben und machen einfach alles heute so ein bisschen sprintspezifisch in den Koordinationsübungen und schauen halt einfach mal, wie du dich dabei schon so anstellst. Also mit solchen Kleinigkeiten geht es dann halt schon los. Das dürfte lustig werden. Ja, glaube ich auch. Für wen ist so die Frage? Ja, danke nicht!